Die Evangelische Landeskirche in Hessen-Kassel war eine evangelische Kirche, die als Territorialkirche im Deutschen Reich in der Reformationszeit entstand und unter diesen Namen als Landeskirche bis 1934 existierte. Geschichte Die Geschichte der Kirche ist untrennbar mit der Geschichte der Landgrafschaft Hessen-Kassel verbunden. Die Nachteilung des Landes 1567 entstanden war. In der Landgrafschaft Hessen hatte Philipp der Großmütige bereits ab 1524 die Reformation lutherischen Bekenntnisses eingeführt. 1527 wurde in Marburg an der Lahn die Universität gegründet. Landgraf Moritz gründete 1599 ein Kanzleikonsistorium in Kassel und führte 1605 dk-sekundenreformierte Bekenntnis im Gebiet der Landgrafschaft Hessen-Kassel ein. Das Gebiet um Marburg blieb jedoch lutherisch, während die Universität reformiert wurde. Auch der 1640 erworbene Teil der Grafschaft Schaumburg blieb überwiegend lutherisch und behielt sein eigenes Konsistorium. Nach dem Dreißigjährigen Krieg förderte Landgraf Wilhelm VI. im Geist der Irenik einen Ausgleich der Bekenntnisse. Am Ende des 17. Jahrhunderts öffnete sich das Land für Hugenotten und Waldenser. Im Jahre 1704 wurde neben Kassel in Marburg ein weiteres Konsistorium gegründet. Kassel war forthin für die Provinz Niederhessen, Marburg für die Provinz Oberhessen zuständig. Durch den Erwerb der Grafschaft Hanau-Münzenberg 1736 verfügte Hessen-Kassel schließlich über zwei weitere Konsistorien in Hanau. Ein reformiertes und ein lutherisches, da die Grafschaft konfessionell gemischt war. 1803 wurde der Landgraf zum Kurfürsten erhoben und nach dem Wiener Kongress erhielt er das Gebiet des ehemaligen geistlichen Fürstentums Fulda sowie einen Teil des Fürstentums Isenburg hinzu. Sein Herrschaftsbereich wurde als Kurfürstentum Hessen bezeichnet. 1818 beteiligten sich die evangelischen Gemeinden dieser beiden Gebiete an der Hanauer Union, auch Buchbinderunion genannt, bei der sich die meisten evangelischen Gemeinden beider Bekenntnisse zu einer unierten Kirche zusammenschlossen und die beiden Konsistorien zu einem zusammengeschlossen wurden. 1821 bestimmte ein Organisationsedikt für die neu gebildeten Provinzen Niederhessen, Oberhessen, Fulda und Hanau die Gründung von drei Provinzialkonsistorien in Kassel, Marburg und Hanau. Mitte des 19. Jahrhunderts kam es vor allem durch den Einfluss August Wilmers zu einer Renaissance des lutherischen Bekenntnisses innerhalb der Kirche, der sich wiederum Heinrich Heppe mit Hinweis auf die irnische Tradition Niederhessens widersetzte. 1866 wurde das Kurfürstentum Hessen von Preußen annektiert und mit der ehemals Freien Reichsstadt Frankfurt am Main und dem Herzogtum Nassau zur Provinz Hessen Nassau vereinigt. Zu diesem Zeitpunkt stellte die preußische Verwaltung für das kurhessische Gebiet, das nun den Regierungsbezirk Kassel bildete, fest. In dem ehemaligen Kurfürstentum Hessen befinden sich Lutheraner, Reformierte und Unnirte in gesonderten kirchlichen Abteilungen nebeneinander. Der Konsistorialbezirk Kassel ist mit Ausnahme der lutherischen Grafschaft Schaumburg und einem Teile der Herrschaft Schmalkalden. Fast ganz reformiert der Konsistorialbezirk Marburg hat außer der reformierten Grafschaft Ziegenhain fast nur lutherische. Der Konsistorialbezirk Hanau ist mit Ausnahme einiger Gemeinden im Fuldarschen und in Stand des herrlichen Gebieten. Durchweg unirrt. Die Befürchtung, das lutherische Bekenntnis könne im Zuge einer Übernahme der Preußischen Union beeinträchtigt werden, führte aber zu weiterem Bekenntnisstreit und schließlich 1874 zur Bildung der renitenten Kirche ungeänderter augsburgischer Konfession in Hessen. Hierzu trugen auch die Bestrebungen des preußischen Kultusministers Heinrich von Mühler bei, in der Evangelischen Kirche im Regierungsbezirk Kassel eine Presbyterial-Synodalordnung einzuführen, was allerdings schon 1871 vom preußischen Abgeordnetenhaus abgelehnt wurde. Die drei ehemals kurhessischen Konsistorialbezirke Kassel, Marburg und Hanau wurden 1873 zu einem Gesamtkonsistorium in Kassel vereinigt. Eine Gesamtsynode wurde jedoch erst 1884 einberufen. Auf Grundlage ihrer Beschlüsse wurde 1886 eine Presbyterial-Synodalordnung nach Muster der altpreußischen Kirchenverfassung von 1873 76. eingeführt. Neben dem Vereinigten Konsistorium Kassel gab es innerhalb der preußischen Provinz Hessen-Nassau noch zwei weitere Konsistorialbezirke. Wiesbaden und Frankfurt, die im 20. Jahrhundert Teil der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau wurden. Oberhaupt der Kirche in Hessen-Kassel war bis 1866 der jeweilige Kurfürst, danach der König von Preußen als Summus Episkopus. Geistliche Leiter waren Theologen mit dem Titel Superrintendent bzw. Generalsuperrintendent. Nach Einführung der Reformation 1526 wurden in ganz Hessen insgesamt sechs Superrintendenten eingesetzt, die in Kassel, Rotenburg, Alsfeld, Darmstadt und St. Goa ihren Wohnsitz hatten. In der Mitte des 19. Jahrhunderts gab es zehn Superrintendenturen, Konsistorium Kassel, Kassel, Allendorf, Rinteln in Schaumburg, Hersfeld, Schmeichalden und Schmeichalden, Konsistorium Marburg, 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 Konsistorium Hanau, Hanau, Fulda. Durch die Vereinigung der drei Konsistorien zu einem gemeinsamen Konsistorium in Kassel 1873 gab es forthin drei Generalsuperrintendenten als geistliche Oberhäupter. Und zwar je einen für das Lutherische, das Reformierte und das Unierte Bekenntnis, die Konsistorien bzw. Das gemeinsame Oberkonsistorium in Kassel wurde von einem Präsidenten geleitet. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde eine gemeinsame Verfassung verabschiedet, seitdem trug die Kirche den Namen Evangelische Landeskirche in Hessen-Kassel. Das Konsistorium wurde zum Landeskirchenamt mit einem Präsidenten an der Spitze. Eine Bekenntnisunion fand jedoch weiterhin nicht statt. Somit gibt es bis heute lutherische, reformierte und unierte Gemeinden in Hessen-Kassel, viele Gemeinden nennen sich aber nur noch evangelisch. Die Kirche gliederte sich nach 1924 in einen Nord-, West- und Südsprängel mit je einem Landespfarrer an der Spitze. Einer dieser Landespfarrer wurde vom Landeskirchentag zum Landessoberpfarrer auf Lebenszeit gewählt. Dieser war somit Oberhaupt der gesamten Kirche. Er war Vorsitzender der Kirchenregierung, zu der noch der Präsident des Landeskirchenamts, der stellvertretende Landessoberpfarrer. Der dritte Landespfarrer und ein Kirchenrat sowie fünf gewählte Mitglieder des Landeskirchentages und deren Stellvertreter gehörten. Erster Landessoberpfarrer wurde Heinrich Möller, der Ende 1933 aufgrund des Kirchenkampfes zurücktrat. 1934 vereinigte sich die Kirche mit der Evangelischen Landeskirche in Waldeck zur Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. Der 1932 an die Provinz Hannover gefallene Kreis Schaumburg wurde dabei an die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Hannovers abgegeben. Die in Thüringen liegende Exklave Schmalkalden verblieb jedoch bei der neuen Landeskirche. Konsistorialpräsidenten, Präsidenten des Landeskirchenamts. Die Konsistorialpräsidenten, Präsidenten des Landeskirchenamts, Vizepräsidenten des Vereinigten Konsistoriums bzw. des Landeskirchenamts von 1873 bis 1934-1873-1881, Wilhelm Schmidt, Konsistorialpräsident in Kassel. 1881 bis 1891 Ernst von Weihrauch, Konsistorialpräsident in Kassel. 1891 bis 1894 Friedrich von Trott zu Solz, Konsistorialpräsident in Kassel. 1894 bis 1908 Karl von Altenbockum, Konsistorialpräsident in Kassel. 1908 bis 1924 Kurt Freiherr schenkt zu Schweinsberg, Konsistorialpräsident in Kassel. 1924 bis 1927 Karl Stamm, Präsident des Landeskirchenamts in Kassel. 1927 bis 1933 Karl August Bär, Präsident des Landeskirchenamts in Kassel. Punkt. Gesangbücher. Als wichtigste Gesangbücher der Kirche sind zu nennen. Verbessertes Gesangbuchs zum Gebrauch bei dem öffentlichen Gottesdienste sowohl als zur Privat-Erbauung Kassel. 1825 Neues Gesangbuch für die evangelisch-lutherischen Gemeinden in den hochfürstlich-hessen-kasselischen Landen bzw. in den kurfürstlich-hessischen Landen Kassel ab 1783. Evangelisches Kirchengesangbuch für den Konsistorialbezirk Kassel, hrsg. Vom königlichen Konsistorium zu Kassel unter Mitwirkung des Gesamtsynodalausschusses Kassel, 1889. Später mit dem Titel Kirchengesangbuch der Evangelischen Landeskirche in Hessen-Kassel. Evangelisches Gesangbuch, Ausgabe für Hessen-Kassel, Stuttgart, 1948 mit den Liedern des Deutschen Evangelischen Gesangbuches. Evangelischer Vereinskos E Johny Würz Evangelisch Güngst Verz else